Ja, servus. Wenn euch interessiert für Vending Automaten, dann seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Hier sind wir bei der Puppy Wash Station. Für 1,02 Euro kostet hier einmal das Waschen von dem Hund. Die haben hier offen nur für 22 Uhr. Und wie sieht das aus? Du hast hier deine kleine Maschine für Geld wechseln. Die ist ein bisschen stärker gesichert mit Kabel dran. Und ja, da drüben ist das gute Gerät. Das ist eine Hundewaschstation. Und da stellst du deinen Hund rein. Da kannst du ihn dann direkt waschen mit Schläuchen und abföhnen und so weiter. Und das Ganze sickert dann hier unten rein. Hier hast du noch eine Abtropfstelle. Und da wird alles nochmal schön erklärt, wie das Ganze läuft. 1 oder 2 Euro kannst du sozusagen reinwerfen und dementsprechend dann deinen Hund waschen. Und hier drüben ist ein Briefkasten. Ne, ah, da ist sozusagen nochmal eine bezahlte Version für den Strom, also für den Föhn. Ja, da kannst du deinen Hund hier halt einfach hinstellen und so weiter. Das Ganze muss ich jetzt ehrlich sagen.